Hey, Holstein-Fans! Habt ihr das gehört? Ein Holstein-Kiel-Fan hat über den möglichen Sieg am Sonntag gegen den 1. FC Magdeburg gesprochen. Wollt ihr wissen, was er gesagt hat? Bleibt bis zum Ende des Videos, denn es ist beeindruckend, was er gesagt hat. Wenn du es bis hierher geschafft hast, abonniere den Kanal, denn ich werde dich jeden Tag mit den neuesten Nachrichten von unserer Mannschaft auf dem Laufenden halten. Komm schon! Holstein-Kiel bereitet sich auf ein spannendes Duell gegen den 1. FC Magdeburg am kommenden Sonntag vor. Die deutsche Fußballmannschaft will dieses wichtige Saisonspiel unbedingt gewinnen. Die Spannung bei den Fans ist groß und sie sind zuversichtlich, dass ihre Mannschaft ein positives Ergebnis erzielen kann. Ein glühender Holstein-Kiel-Fan äußerte sich zu dem bevorstehenden Spiel. Wir müssen das Spiel gegen den 1. FC Magdeburg am Sonntag gewinnen. Wir sind siegessicher, erklärte der begeisterte Fan. Seine Aussage spiegelt die Entschlossenheit und den Optimismus der Fans von Holstein-Kiel wieder. Die Mannschaft hat sich im Training intensiv auf die Herausforderung des 1. FC Magdeburg vorbereitet. Mit einer verbesserten Taktik und einem hohen Teamgeist ist Holstein-Kiel bereit, auf den Platz zu gehen und um das gewünschte Ergebnis zu kämpfen. Es verspricht ein spannendes Spiel zu werden, in dem beide Mannschaften die drei Punkte holen wollen. Die Historie der Begegnungen zwischen Holstein-Kiel und dem 1. FC Magdeburg verleiht dem Spiel ein zusätzliches Element der Rivalität und des Wettbewerbs. Die Fans wollen die Tribünen füllen und ihre Mannschaft lautstark unterstützen. Die Atmosphäre im Stadion verspricht elektrisierend zu werden, wenn die Spieler von Holstein-Kiel im Namen ihrer Stadt und ihrer Fans um den Erfolg kämpfen. Je näher der Termin des Spiels rückt, desto größer wird die Vorfreude. Die Augen aller Fans werden am Sonntag auf das Spielfeld gerichtet sein und sehnsüchtig auf eine überzeugende Leistung und einen Sieg von Holstein-Kiel warten.